Mit Bitcoin ist das Einfachste, es einfach zu halten. Und das Schwierigste ist, es zu halten, wenn der Kurs fällt. Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, egal wo du bist, egal wann du das hier siehst. Danke, dass du meine Videos anschaust. Mein Name ist Da Vinci Jeremy. Ich bin hier in Dubai und es geht mir gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Und Mann, wie du weißt, wenn du meine Shows verfolgst, es ist einfach ein Tag nach dem anderen voller Untergangsstimmung. Oder wir haben darüber gesprochen, nicht nur auf meinem Kanal, sondern auch auf dem Moon-Kanal. Und wir haben gesagt, ja, da kommt was Großes auf uns zu. Die gute Nachricht ist, dass wir wahrscheinlich recht haben. Und gleichzeitig wissen wir, dass am Ende dieser ganze Bitcoin-Zirkus dominieren und höher steigen wird. Die Frage ist, kannst du das Chaos aushalten? Die meisten Leute können es nicht. Sie spüren die Angst und verkaufen. Und leider ist das Problem, dass du den Tiefpunkt nicht erwischen wirst. Du wirst nicht am Tiefpunkt kaufen. Das wird nicht passieren. Gib es einfach auf. Wenn Bitcoin pumpt und weiter steigt, wirst du total durchdrehen und dich fragen. You'll be freaking out like, should I buy? Right? Soll ich jetzt kaufen? Also ist es am besten, einfach durch diesen Sturm zu hodeln, weil du einfach nicht wissen wirst, wann du kaufen sollst. Und wenn du denkst, dass du das kannst, dann mach es. Aber ich weiß, dass der Durchschnittsmensch das nicht durchziehen kann. Du wirst in Panik geraten und denken, okay, sollte ich jetzt kaufen? Es ist um 5% gefallen, sollte ich jetzt kaufen? Oh, wie wäre es mit 10%? Sollte ich jetzt kaufen? Du wirst ewig überlegen und denken, es könnte noch tiefer fallen. Genauso wie du denkst, dass es ewig weiter nach oben geht, wenn es steigt. Und das ist das Problem. Wie auch immer, wir werden heute über die News sprechen und dann ein bisschen TA machen. Wenn du Interesse am Trading hast, kannst du auf buybit.davinci15.com rübergehen. Die Links sind unten in der Beschreibung. Und dann kannst du auch ein paar IDs besorgen, wie eine digitale Residency, was gut ist. Ich denke, man sollte mehr als nur einen Ausweis haben. Ich denke, man sollte auch mehr als einen Pass haben. Aber ein Pass für ein anderes Land kann sehr teuer sein. Und die meisten Leute können sich das nicht leisten. Aber das ist eine gute Alternative. Okay, ein bisschen was aus der Next-Gen-Ecke. Uff, dummes PayPay. Und als ich sah, wie PayPay dieses Level durchbrochen hat, dachte ich mir, ouch, nicht gut, nicht gut. Wir haben einen Rebound. Ich meine, wir könnten sagen, dass dies die letzte Linie ist, bei der es wirklich ganz nach unten ging. Es muss dieses Level hier zurückerobern und darüber bleiben, damit wir nicht sehen, dass das Ding komplett zusammenbricht. Natürlich können wir für einen Tag runtergehen und dann wieder hochkommen, aber wir können nicht lange unten bleiben. Wir müssen die Linie halten. Schauen wir uns Org an, das ziemlich gut dasteht. Wir haben darüber gesprochen und es gibt hier oben viel Verkaufsdruck, aber das ist okay. Das ist normal, weil du an diesem Level hier viel Widerstand sehen kannst, was bei etwa 12 Cent liegt. Also würdest du erwarten, dass es scheitert und dieses Gebiet erneut testet. Es wird hier unten Käufer geben. Keine Ahnung, woher sie kommen. Sie werden die Linie halten und dann sehen, wie Org die 12 Cent Grenze durchbricht. Zu Waffles. Es hat auch Schwierigkeiten. Es muss diese Linie halten und dann höher brechen. Es sieht so aus, als ob Org fast gleichauf mit Waffles ist. Mal sehen, was passiert. Wer wird von den beiden höher ausbrechen? Okay, hier ist ein bisschen von den News, die wir uns heute anschauen. Lass uns darüber sprechen. Das ist interessant. Ich frage mich, ob das etwas ist, was mein Researcher gefunden hat. Und ich wollte tiefer in diese Daten eintauchen. Wenn wir ein Volumen haben, das niedriger ist als damals, als Solana bei 12 Dollar lag, ist das interessant, aber nicht wirklich überraschend, weil du offensichtlich mehr Solana brauchst, um den gleichen Gegenwert von 1000 Dollar zu erhalten, richtig? Also ja, das wäre der Fall. Aber was interessanter ist, ist, dass das Volumen abnimmt, wenn diese Chart korrekt ist. Also ja, es ist eine Art gruselige Situation. Aber wir werden sehen, dass sich Solana wieder erholen wird, sobald Bitcoin und Ethereum und alles andere höher steigen. Alle als alle anderen Kryptowährungen werden auch steigen. Aber das wird Zeit brauchen. Wir werden das wahrscheinlich im Oktober, November sehen. Hier ein Punkt. Mehr als 2,6 Milliarden Menschen haben in den letzten vier Jahren einen durchschnittlichen Rückgang ihrer Kaufkraft um 45% erlebt. Stell dir vor, du arbeitest jahrelang von 9 bis 5, nur um deine Ersparnisse verschwinden zu sehen. Bitcoin behebt das definitiv. Also ja, ich meine, auf der ganzen Welt siehst du, dass Politiker dein Geld stehlen, indem sie mehr Geld drucken. Und das siehst du überall in vielen dieser Länder. Also stell sicher, dass du ein Asset hast, egal wo du bist, ob in den Vereinigten Staaten oder nicht. Ich denke, sogar die USA sollten dabei sein, weil ich sicher bin, dass es vielleicht nicht 45% waren, aber vielleicht 33%. Aber es ist ziemlich nah dran. Und du willst dich vor diesem kriminellen Verhalten der Wohlstandskonfiszierung durch die Druckerpresse schützen. Also lass dich nicht von der Regierung ausnehmen, sondern schütze dich mit Bitcoin. Okay. Was sollten Investoren von Bitcoin im September erwarten? Uff! Naja, dieser Typ sagt, der September ist historisch gesehen ein negativer Monat für Bitcoin, wie die Daten zeigen. Er hat bisher eine durchschnittliche Wertminderung von 6,560% erlebt. In diesem Monat war die Anlegerstimmung rund um Bitcoin negativ, da der Coin zwischen 49.000 und 66.000 gehandelt wurde. Ja, die Angst und Gier ist eindeutig auf der Seite der Angst. Und ja, Bitcoin sieht eingeschlossen aus, der Großteil des Kryptoraums sieht sehr, sehr bärisch aus. Tatsächlich hat Vitalik hier 10 Millionen Ethereum verkauft. Und das sind natürlich schlechte Nachrichten, weil er nicht der Einzige in dieser Multimilliardär-Szene ist, der seine Vermögenswerte verkauft. Also können wir mit Abwärtsbewegungen rechnen. Der Händler sagt, alte, auf Tinte basierende Bitcoin-Zyklen sind wahrscheinlich vorbei. Seht, das Bitcoin-Verhalten hat sich drastisch verändert. Das ist offensichtlich dazu da, dich aus dem Markt zu jagen. Bitte lass dich nicht aus dem Markt jagen, denn am Ende wird Bitcoin sein Ding durchziehen und viel höher steigen. Okay, schauen wir uns Bitcoin an. Wie du sehen kannst, ist das hier ein Durcheinander. Es gibt hier viel Unterstützung und Widerstand. Du kannst das auf der Tagesschart sehen. Im Moment sehen wir tiefere Hochs, tiefere Hochs ununterbrochen. Also was machen wir? Es ist, wie es ist. Das ist keine positive Situation. In keiner Weise. Natürlich deutet dieser Punkt ziemlich klar auf einen Durchbruch über dieses Level hin. Ein Durchbruch über dieses Level ist ein Ausbruch zu neuen Höchstständen 100%. Wir können jetzt sagen, dass wir über dieses Level brechen müssen, um zu sagen, dass Bitcoin in einem Aufwärtstrend ist. Und wenn wir unter dieses Schlüssellevel brechen, denke ich, dass dies das Schlüssellevel wäre, hier das untere Level. Und bei der 54.000 Dollar Marke ist es für eine Weile aus. Nicht für lange, aber du weißt schon, für die meisten Leute ist eine Weile wie ein paar Wochen. Das ist wie, oh mein Gott. Also könnten wir bis in den Bereich von 42.000 Dollar tauchen, bevor wir tatsächlich wieder nach oben kommen. Ja, das ist die unglückliche Situation, in der sich Bitcoin momentan befindet. Beim Blick auf Ethereum ist es die gleiche Situation. Lassen wir uns die Wahrheit erkennen. Wieder einmal, boom. Boom, verdammt und verdammt. Das ist wow. Wir sind nicht mal wieder hochgekommen, um dieses Level zu testen, was ziemlich verrückt ist. Ich hätte erwartet, dass wir das 3.300 Dollar Level in diesem Bereich hier testen, den 3.200 Dollar Bereich, bevor wir tatsächlich wieder nach unten durchbrechen. Aber ja, nicht gut, nicht gut, überhaupt nicht gut. Das Volumen nimmt ab und ja, Vitalik verkauft sein Ethereum, was irgendwie seltsam ist, weil ich meine, es scheint hier ein bisschen, wenn wir Unterstützungs- und Widerstandslinien hier ziehen würden. Das hier ist ein klares Unterstützungs-Level für Ethereum. Also wahrscheinlich wird Ethereum das 2.100 Dollar Level nicht durchbrechen. Und wenn es das tun würde, das nächste Level wäre... Oh, Autsch, Autsch, wirklich? Oh Mann, das ist schmerzhaft. Es wäre ungefähr hier. Das sind iTunes 500 Dollar. Verdammt, hoffen wir, dass das nicht passiert. Das ist ziemlich schmerzhaft. Das ist ziemlich schmerzhaft. Okay, das war meine traurige Nachricht für heute. Ich hoffe, du hast diesen traurigen Tag in der Kryptowelt genossen. Ich weiß, dass ich es genossen habe, ihn dir zu liefern. Aber hey, weißt du was? Wir können die Höhen nicht ohne die Tiefen haben. Es existiert nicht, oder? Wenn wir immer nur Höhen hätten, dann würden wir sie nicht zu schätzen wissen. Wir würden denken, dass es selbstverständlich ist. Also geben uns die Tiefen, die Fähigkeit, uns gut zu fühlen, wenn wir die endgültigen Höhen erreichen. Also bin ich dankbar dafür. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Ciao.